Wir Freie Wähler, wir kämpfen schon seit Längerem für einen neuen, zusätzlichen Konzertsaal, weil wir der Meinung sind, dass München als Musikmetropole unbedingt einen solchen Saal braucht, um nicht im Niveau abzusinken. Die Staatsregierung und die Stadt München mit ihren Plänen zum Gasteig, das genügt uns nicht. Wir wollen einen neuen Konzertsaal und wir wollen das auch mit den Bürgern gemeinsam diskutieren auf einer Veranstaltung am 24. April.